Einen wunderschönen guten Morgen, Mittag, guten Abend zu The Last of Us Part 2. Ich bin euer Dante und zusammen zocken wir eine Runde. So, dann wollen wir mal mit der verfrälten Abby weitermachen heute. Bin zwar nicht so voll begeistert, aber okay, müssen wir irgendwie alle durch. Es bleibt bei uns keine andere Wahl, aber jetzt sind wir ja in diesem einen Dorf. Mal schauen, ob ich sie irgendwie heile da durchkriege. So, dann ist mein Schatz auch schon da. Ich grüße die Alizea und den Günther. Und dann wollen wir mal machen. Ich muss mal eine Maus noch aus dem Spiel entfernen. So, ähm. Ich weiß nicht mehr, wie die Steuerung geht. Ich hab jetzt drei Tage was anderes gespielt. Da sollte man eher sagen, gesuchtet. Für das Wohl deiner Nächsten und für dein Land bist du bereit, wenn die Zeit kommt. Was ist die Schnellge? Wie geht es dir? Die gesuchtet trifft, trifft, trifft ist der. Geht ganz gut, das freut mich. Was macht die Erkältung, Niki? Ist fast weg, ach das ist doch schön, sowas höre ich gerne, Niki. Hey, da ist die Tandemie. Ja klar, wo habt ihr denn das mitgekriegt, das Juni? Ach, was hat die das denn, woher wisst ihr das? Mein Gras endet dort. Oh man, fucking Emmy, ey. Okay. Oh, fuck, ja, du testest. Boah, voll ins Gesicht. Nichts. Geht. Hey, gerade so. Was heißt auf unserer Dreise? Boah, er war nicht mehr ansprechbar. Wer hat es kommen sehen? Ey, ne ich glaube nicht. Die hat es von der Seite reingekriegt. Die hat es von der Seite reingekriegt. Ja, da hat er doch nicht geflogen. Aber ist schön. Ja, da hat er doch nicht geflogen. Aber ist schön. Da hat er doch nicht geflogen. Aber ich habe die Strobe, die die öm mir sehen. Weiß bloß nicht wie viele jetzt die noch um die ich nehm. Ich kommt wieder so ein Mutchen an. Ja das war genau zwischen die Augen. Oh mpc verbiesel dich warum hast du in deinem im bibliothek das hat mir locke mal geschenkt ich weiß nicht wie ich sowas entfernen kann also hat mir locke geschenkt fand das lustig ich fand es nicht. Danke Schatz, weil so dass ich es sehen kann habe ich es weg genommen ja aber kann es entfernen ja nee das weiß ich nicht wie das geht. Oh ja ne ist klar was war das für eine scheiß animation gerade. Da schießt man und auf einmal ist sie gerade am pfeifen. Ne ist klar. Oh nein verkehrte taste. Ach man. Was ich sehe so nix. Man drückt mal wieder die verkehrte taste und dann so ein scheiß. Das ist verdammter Dreck. Ich hab doch einen Weg gekriegt. Ah so funktioniert das. Das ist gut zu wissen. Dankeschön. Dankeschön. Meine Frau kann es mir nachher dann nochmal zeigen. Aber Dankeschön. ich fand das nicht lustig. Da war das Hirn raus. Prümel dich mal im PC. Oh, geh wieder rein. Ich wusste nicht, was es ist, Diggi. Mir wurde keine Animation angezeigt. Also kein Bild oder so. Und Locke meinte, nimm einfach nur an. Fängt man sich ja nix dabei. Weil, ne, kommt ja, kam ja schließlich von Locke. Da war ich ja mit ihr aber noch befreundet, ne. Frag mich nicht. Weiß es nicht. Was hat mich noch nie interessiert. Na ja. Ist halt scheiße, ne. Von daher. Die anderen Aschgang haben kein Bild für mich. Ich kann sowas definitiv schleppen. So, wo einer lang gerade. Echt? Da muss sich einer echt lieb gehabt haben. Ich weiß, ja, ich weiß, wie es endet. Das ist richtig Türke. Die hat das aber schön gemacht. Ah. Oh, das ist ja eben jetzt hier. Die nervt. Oh, ja, ne, ist klar. Voll in die Hackfresse und nichts passiert. Das kam vielleicht von dort hinten. Ja, und jetzt steht der NPC vor mir. Komm, komm her. Ich krieg dich auch. Ja, ich hab nicht an die Höhe gedacht, Alizea. Das war das Problem. Aber dann eben gerade, weißt du, noch mal zu schießen. Äh, und der NPC steht direkt vor einem. Ähm, ja. Es ist dann echt scheiße. Wann nerven NPCs mal nicht, wenn sie nicht da sind, ja, oder sterben. Leute, ihr wisst ja, was jetzt ist. Loot-Time. Loot-Time. Hier, man hätte bestimmt auch Sneaky hier durchschleichen können, aber das macht nicht so viel Spaß. Ich, ich erwarte jetzt eigentlich immer noch so auf das Angebot. Ja, von euch. Ganz ruhig. Ganz ruhig bleiben, Großer. Du lernst das auch noch. Hand. Ja, das normale Fadenkreuz war auf ihren Schädel. Aber wie gesagt, ich hab nicht mehr an die Höhe gedacht. Du lernst dem, weil das ein zu einfacher Schuss, die verkack ich doch immer. Was für ein Angebot, was wir machen, wenn du sie dann doch mögen solltest. Irgendwie, ja, die hat das bis jetzt immer gleich geschrieben. Ich warte da irgendwie immer noch drauf. Das ist wie so ein Sucht. Oh, ja, und Alisiaten sind auch noch gleich alle geknudelt. Und gegen Shiva hat nur noch meine Frau überlebt. Hat uns geopfert. Du bist so heiß wie ein Vulkan. Wenn man in einem Winkel von mindestens 30 Grad schießt und den Höherunterschied nicht mit einberechnet, wirst du bei einem Vorbeischießen von mindestens 5 Zentimeter. Hier, Riddicki. Eine schöne Drechselbahn. Schön Oldschool, muss man sagen. Ich brauche Liebe. Ja, brauche ich auch. Eine ganze Menge davon. Das ist gerade mal vielleicht 0,001% statt. Ich will mehr. Boah, ich muss arbeiten, Mann. Das ist mir vorhin gemeint. Oh, oh, Niki hat's erhöht. Niki hat's erhöht. Scheiße. Hast doch Zocko da. Niki steigert sich von der Zeit her. Na, Niki, das gibt einen Tröster. Na, Niki, das wird schon nicht passieren. Oder vielleicht doch. Man weiß ja nie. Vielleicht magst du sie ja dann. Wenn du jetzt anfängst sie zu mögen, darf ich dann drei Wochen lang nicht streamen? Für Bestrafung? Oder wie läuft der Hase dann? Ich banne ihn dann für die Zeit. Ja, dann irgendwie so. Okay, alles klar. Dann habe ich also drei Wochen Ruhe. Niki, Niki, du musst anfangen zu mögen. Dann habe ich wenigstens Grund. Einen Spaß. Nee, gibt keine so lange Pause. Echt nicht? Warum nicht? Warum könnt ihr mir alle keine Pause? Ja, Niki gönnt mir sowas. Das ist mir klar. Ist doch der Beste. Wir sind Suchtis. Immer diese Sucht befriediger, ey. Aber uns sagen, wir wären schlimm. Mhm. 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 Ja, er wird sie angreifen. Da Friedensgespräche führen? Was für Liebe? Joa, lauft die jetzt dahin? Wer sagt denn sowas? Ich nicht. Computerliebe. Okay, Computerliebe. Lass ich gelten. Computerliebe. Ja, trotzdem hast du schon mal gesagt, die sind schlimm. Hm. Erst am Anfang des Films, ja. Die waren nicht erreichbar. Das ist eine Umschreibung. Oh Mann, irgendwas ist draußen schon wieder passiert. Hier fährt schon wieder Feuerwehr und so lang. Meine Güte noch eins. Meine Frau guckt mich ganz unschuldig an, obwohl wir alle wissen was ich kann. Was sie kann, habe ich gesagt. Nicht dass du es warst. Mann ey, kann Ellie mal wieder kommen für einen besseren Arsch? Jaa, nicht. Würde mir schon helfen, wenn Abby mal ein bisschen laufen könnte. Das ist doch ganz lieb. Jaa, okay. Und was haben wir jetzt noch? Lagere Pfeile in einem Küche, um schneller nachzuladen. Ach, lade. Ich hab mir mal noch was anderes her. Ja, ein Zielfernrohr da drauf. Das hatte ja auch damals so eine Waffe hier, ähm, Joel. Na ja, nicht für euch. Guck mal. Dann mit einer Patrone schließen, ey. Ich brauchst du über ein Zielfernrohr doch schon glücklich. Ich hab drei Siche. Back deinım habe, schon mal. Ich hab drei Siche. Das hatte ich aus. Wie bist du nicht. Ich hab' mit einer Tag Veröffentlichung. Ich hab' mit einer Tag. Ich hab' mit einer Tag. Ja, ich hab' mit einer Tag. ok schatz vielen 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 dank für die geschenkten abos jeder der eins hat dann sieht man mal danken und ich bedanke mich bei dir schatz das dauert jetzt erst mal ein bisschen da ich sehe das was ihr seht kann ich mich gerade nicht so gut bewegen oder kommt jetzt noch einer alles durch jetzt war der meinung dass er irgendwie was vergessen hat aber ok aber noch mal vielen vielen dank und nicht schon wieder ein zettel mein prophetin mögest du meine worte hören war eine starke und fähige kriegerin bis zu bis sie zu sehen musste zusehen musste wie ihr mann henry und seine patrouille von wolfs abgeschlachtet wurden jetzt macht sie schreiend auf und zuckt beim kleinsten geräusch zusammen die ehren henrys märtyrertum indem wir uns wie er um moira kümmern aber das reicht nicht ich bitte dich gib moira die kraft ihren geist wiederzufinden hier war einfach gerade danach jetzt hast du deinen trinken weg jetzt hast du schlecht nicht jetzt musst du nochmal los das ist es 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 Lass die Felder und den Volk! Das Ding? Nein muss ich! Kenzo? Ich hab gedacht das wäre hier gleich um die Ecke und nicht jetzt irgendwie... Ja, am anderen Ende. Oh NPC! Jetzt aber? Ok nee nee. Das sieht gut aus. Ok, die Fackern bewegen sich für mich gerade sehr umschwimmig. Hast du dir wieder Tee gemacht, Niki? Dann gönn ihn dir. Ok. Oh, kann der Sie hier mal schnell bewegen? Ja. Hier sind viele. Die sind, die sind. Ja, die sind. Ja. Ja. Ja, das ist das. Hier sind viele. Ja. Ja, da ist die. Ja. Ja. glatt die felder anzünden das wäre ein gutes ablenkungsmanöre das ist jetzt wenn man sich hier in den feldern versteckt die wolfs kann nicht so weit vorgedrungen sein sie schütze uns das mal nicht herausfinden mein wieso gibt es nie so viele von denen ist mit ihnen los haben die nichts besseres zu tun oder meine andere richtung was ich hierher kommen die schöne die richtung wir haben sonst keine hobbys gut weil du noch ein wenig spaß haben sollt ja so ich habe gedacht ich mache jetzt hier schön einen auf sneaky nichts zu sehen die frau hat das überleben auch mal mehr achselschweiß dicke so das knüttelentzug von deiner mama okay das musste ich runter bricht gut wie du Ah fuck verkehrte taste ich bin schon wieder auf einem anderen spiegel gepolt. Jetzt wird heiß geschossen. Gummide 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 Ich bin erledigt. Brenn bitch boah ernsthaft scheiße pc macht mal wieder nix gut wir machen mal nichts niggi ich habe eindeutig am töten zu viel Spaß. Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah! Bin ich jetzt fertig? Das war nicht hart. Das war ein bisschen blutig. Oh man! Puh! Mit zwei teile gerissen. Überblick auf. Billi. Aber wie wäre so viel Loot entgangen? Unglaublich, aber so. So lapidarien Dinge täusche ich das nicht. Sonst noch Bote? Nein? Musst du mal richtig nachladen? Das nennt man auch Populationskontrolle. Ich bin voll damit. Damit sich Leute die, die kein Hirn haben, sich nicht vermehren können. Hab ich das gesagt? Hab ich. Definitiv. Aber leider trotzdem das mehr, wie die mithören. Muss man sich sowieso mal reinziehen. Männer, die super intelligent sind, haben weniger Sex. Aber Frauen, die super intelligent sind, ja, haben mehr. Kriegungsgeschwindigkeit mit gepackten Gegnern. Oh ja, das wäre nützlich. Schnelle Bewegung an Bauchlage, das wäre auch umsitzig. Ich hab mal die Tabletten fast alle aufgedacht. Litten im Arsch. Müsstest du aber viele Leute ohne Hirn wegmachen. Zum Beispiel Abby. Ja? Genau richtig nicht mehr. Hehehehehehe. Oder das ist ein komischer Spinner, der da draußen andauernd rum am krakeelen ist. Der haue ich definitiv nur mal die Nase ein, ey. Jetzt ist seine Mutter andauernd so komisch anbluffen und anmoxen, ey. Und dann hier auch noch die ganze Zeit rumtösen, selbst wenn sie nicht dabei ist. Anbieten anbieten anbieten. Ist das ein Auftrag, Niki? Und wieviel zahlst du? Muss ich jetzt eigentlich hier, ne? Muss ich mal Richtung Turm laufen. Da geht da. Ey, lauf doch weiter vor. Blöder NPC. Entweder will ich die ganze Zeit den Weg stehen oder nichts machen. Bewegung, Bewegung. Ja, schau nicht nach hinten. Lauf. Lauf. Okay, ich bin der Tod. Hier geht's lang. Ey, guck dir da. Gibt es hier noch irgendwas zu looten? Hier rein? Schade. Das ist ein Geheimgang. Hier ist es. Komm schon. Was macht der Arm? Tut weh. Grüß dich, Jerry. Wir gehen es dir. Schon lange nichts mehr von dir gehört. Hier noch. Ich habe dein Pferdchen gefunden. Schau gut, Pferdchen. Okay. Ich muss heute in der Badewahrne schlafen mit Pärchen. Ja, ist ja kein Problem, Jerry. Ist ja kein Problem. Wie gesagt, hat lange nichts mehr gehört. Hätten wir hier noch kurz den Zug trinken. Da kann ich mitlaufen. Bist du dir sicher? Bei was? Bei dem Pferd. Ach. Und wenn du dich da drauf setzt, dann bist du schneller als alle anderen. Doch gleich da. Aber schön, dass es dir gut geht. Das ist schon mal das Mindeste. Oh Mann, Alizea ist definitiv knuddelsüchtig. Oh Gott sei Dank. War es sich das? Ich wollte nur mit ihr reden. Ich wollte, dass sie mich versteht, aber sie, sie hat mich nur angeschrien. Dann ging sie auf mich los. Ich, ich wollte sie aufhalten. Ich habe sie nur von mir weggestoßen und sie ist gegen den Tisch gefallen. Hör zu. Yara. Du hast dich nur verteidigt. Du hast nichts falsch gemacht. Alles wird gut. Ich verspreche es. Ich bin hier weg. Wie kommt denn das, Clary? Ich auch. Oder spielst du mit der Steckdose? Na los. Ich hätte nie... Ich bin froh, dass wir dich gefunden haben. Ganz ruhig, Niki. Ganz ruhig. Tief durchatmen. Wir gehen mit dem Arsch ein und mit dem Mund wieder aus. Nachbarn haben? Was haben die Nachbarn? Achso, die Nachbarn spielen mit der Steckdose. Mann, kurzschluss. Aber nichts passiert. Okay. Ja, Hauptsache ist es keinem, was passiert. Nein, keine Angst, Niki. Ich spiel das Licht ab. Keine Angst. Erst wenn er auf einen bestimmten Punkt ist, Niki. Dann muss ich das spielen. Noch sind wir in der grünen Phase. Niki, Ehre. Du benutzt immer noch die drei Muscheln auf dem Scheißhaut. Ah, Sicherung ist noch rausgeflossen. Okay. Ja, immerhin. Dafür ist jetzt Sicherung da, ne? Ja, und die westlichen, die hier geblieben sind, habe ich eiskalt mir umgeniedelt. Ist hier noch Lug? Hm, hm. Und Jerry, wie weit habe ich es denn noch? Oh, das ist krass, Niki. Kann ich auch schon wieder kämpfen. Wedel, geh doch da rein. Ei. Einfach piepsch nochmal. Könnte nicht mit reinkommen? Ja, das ist irgendwie, ja, komplett richtig. Achso, ich musste erstmal die Tür öffnen, damit ihr hier irgendwie vorbeilutscht. In die Tür. Und dann geht es nicht mehr. Poll. Niki war schon hier. Er hat mir wieder den letzten Kuchen geklaut. Psst. Ach, das war meine Frau? Aha. Ligi will sie jetzt auch noch tarn. Oh Gott. Wir müssen von der Straße runter. Hier. Abby. Hier lang. Die töten gerade meine Geduld hier. Junge Scheiße. Er glaubt nicht, was jetzt. Anigi verspeist ihn nur. Ah, er klaut nicht, er verspeist ihn. Okay. Gut. Gut zu wissen. Du hast den Kuchen gegessen, Schatz. Nigi wollte die nur schützen. Aber ob der das erst war. Ah, so war das. Aha. Aha. Du klaust den Kuchen, Nigi verspeist ihn. Ja klar, du hast den Kuchen geklaut, damit er ihn essen kann. Super. Mann. Das würde ich sogar glauben. Lise, das würde ich sogar glauben. Oh, Blut. So viel Blut. Einmal reparieren hier. Jetzt kann ich einmal mehr zuschlagen. Yay. Yay. Ey, die Wamme muss wachsen. Du meinst deine Samenstrenge, ja. Barry, es ist Kuchen. Baby, stark. Mann, weib mach. Nigi, nur mal so zur Info. Ähm. Brauen wiegen auch was, ne? Auch wenn sie leicht wie eine Feder sind. Aber die wiegt auch was. Das heißt, wenn du dann, ne? Irgendwann knickknackt hast. Abgesehen vom Staubsauger. Ach. Dann kriegst du keine Luft mehr. Deswegen, da ran musst du Ding. Oh. Oh! Böder, Isaac. Was zur Hölle machst du? Lass mich das erklären. Was ist da hinter dir? Mein Lebensretter. Geh aus dem Weg, wir klären das zu Hause. Er gehört nicht zu denen, bitte. Abbie, weg da. Verdammt, er ist nur ein Kind. Du hast drei Sekunden, um von dem Ska wegzugehen. Willst du mich wirklich erschießen? Zwei. Ich werde nicht weggehen. Was zur Hölle? Lass dich die! Hast du nicht gekozen? Lass mich nicht... wir müssen uns hier raus kämpfen okay und dann musst du uns zu diesen boten führen wir lassen uns nicht aufhalten okay wird er wie weich oder was okay jetzt muss ich mich einmal noch mal kurz entschuldigen weil ich ja kurz gelacht habe in der sequenz was ja nicht passend war die hat sowas geiles geschrieben werde ich nicht haben und ich bin jetzt inzwischen im spiegeleigewicht also ich brauche einen spiegel um mein eier zu sehen also ist das nicht so schlimm wie gut ist das dass man das mikrofon stumm schalten kann oh man oh man in so einer situation kommt sowas hast du dann liest du das ehre niggi ehre du bist der beste naja also icig tut das konnte ich gerade glaube ich noch so aus dem augenwinkel sehen wo ich mich so köstlich haben es die tafel über niggis kommentar da wird mir herrlich liegen da wird mir herrlich liegen da gibt es nichts mehr sonst wäre nochmal so eine werkbank mit zu vorne mal jetzt eigentlich alles gelootet haben blätter mal jetzt mal hier wieder raus wof ach nein du sollst doch nicht schießen ich habe den gerade so schön erschlagen du hast noch ein paar andere Sachen auf der Pfanne das würde ich ja mal schwer hoffen klar bei den anderen Dingern da gehst du gleich selbstständig um die Ecke aber bei ihm nicht liebe Mathelehrer schon mal dran gedacht dass X vielleicht anonym bleiben will ach wie schön sie ist gestorben oh Niki das habe ich schon gebracht bloß nur mit dem Hamburger oh wieder dieser scheiß NPC halt die Klappe dass die Erwachsenen spielen bin ich richtig tippe boah Niki ernsthaft wo holsten sie ihn gerade wieder her ganz tief und kann ich mir sehr gut vorstellen lebhaft vorstellen jetzt bin ich jungen gerade irgendwo hier lang geflipst sag ich doch irgendwo ein Scheiß habe ich ihn gesehen irgendwo was zum zuschlagen ich habe mich vergessen ich habe mich vergessen mitzunehmen ich habe ein Messer geschnitten tut weh ein bisschen ja kommt mir bekannt vor Jerry irgendwo von der Festplatte zwischen den Ohren ich wollte für diesen Sommer 5 Kilo abnehmen jetzt fehlen nur noch 8 dann hast du was zwischen den Ohren der frühe Vogel stirbt wegen Schlafmangel der frühe Vogel stirbt wegen Schlafmangel das ist doch mal was Nettes schickes Ball für den Dante Machito ist besser Ein totes Arschloch, ein totes Arschloch. Ich habe nichts dagegen, wenn ihr hierher kommen. Ich schlachte euch ein nach dem anderen dadurch ab. Ach Abby, weißt du eben gerade, läufst du da noch so schick rum? Oh, diese scheiß NPC, verpiss dich mal! Fick du dich! Wumms! Krass ist scheiße, das war eine ordentliche Betsy. Wieso nehme ich 5 Kilo zu, wenn ich nur 2 Kilo Schokolade Torte esse? Weil du noch nicht auf Toilette warst. Das ist die erwachsene Version! Ah, gut zu wissen! Wieso? 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 Wieso Lef! Richtig, weil Mama den Papa schon da drauf vorbereiten kann. Ah, und dann nicht gleich Köpfe rollen. Weil Papa sauer... Ja, Papas können immer so richtig schön sauer werden. Wie gut, dass ich dieses Problem nie hatte. Wie gut ist das? Oh, oh, Luke! Ah! Also Mamas haben so einen Trick. So läuft der Hase. Und dort. Irgendwie gibt es hier immer noch bedrohliche Musik. Aha, jetzt nicht mehr. Ja, Lev ist die ganze Zeit da. Lev ist derjenige, der mir dauernd zwischen die Füße läuft. Ja, ich halte mal die Augen offen. Ding! Jetzt hat sie schon gespielt. Darf ich die Augen endlich schließen? So langsam bildet sich eine Prüste. Solltet ihr den Tisch? Bepsi ist die Beste. Bepsi ist die Beste. Bremse. Gut. Nichts. Gehen wir die Schuhe. Tralalalalala. Lalalalalalalala. Lalalalalala. Irgendwo habe ich doch hier jemanden nach den Türen rausgeschossen. Jaa, hier liegt sie. Danke. Oh, oh Digi. Oh Digi. Wollt los. Wollen wir dann nicht nachladen? Lauf, Hebe. Das hast du schon wieder für einen Trick gemacht, mein Bubbele. Erst wieder die Chance gesehen und dann gleich ergriffen. Während wir uns alle in den Armlagen geknullt haben, kamst du von hinten in der Schnupfstunst. Ja, dat ist Nidhi. Das hat alles von Nidhi. Ich lieb mal Bubbele. Ist der Beste. Ein lehrreicher Schüler. Ja, ja, so war das. Sag ich doch. Sag ich doch. Ich weiß, wie Nidhi macht. Guter Panaman. Ja, da ist nachgeladen. Da ist nachgeladen. Ne, ich wollte den Schalli hier mal anbringen. Kein sogar eh. Dann gucken wir hier nochmal nach. Das können wir reparieren. Ist wieder gut. Sehr schön, Jerry. Sehr schön. Jetzt haben wir ja noch ein paar Pöden gefressen. Fertigungsmenge von den Klingen. Oh, das sind die super. Hey, jetzt habe ich nichts Klingen. Kann ich mir drei Klingen jeweils in eine Hand legen und mache einen auf Wolverine. Ich weiß nicht. Da ist so viel Wasser. Aber noch nicht die Hände gewaschen. Gut. Gut.